Schönen guten Tag, Willkommen zurück zu That Escalated Quickly, auch genannt Life is Strange 2. Die Reise beginnt jetzt hier von Sean und Daniel Diaz. Also schauen wir mal, wie es so weitergeht hier. Es ist echt ein interessanter Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das habe ich so schnell zumindest nicht kommen sehen. Ich wusste zwar so ungefähr worum es in diesem Spiel gehen wird, klar. Aber dass das jetzt so schnell und so übel passiert. Hm, ich sehe etwas. Was ist das? Ansehen oder Ansehen? Was findest du? Was findest du? Check es raus! Es ist ein Chunky Choco Crisp Bar! Auf dem Dashboard! Ja, ich sehe es. Du weißt, ich liebe Choco Crisp Bars! Ich habe einen in ein Millionen Jahren nicht gehabt. Ja, richtig. Mehr als zwei Tage vor. Komm schon. Können wir bitte, 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 einen bekommen, wenn wir zum nächsten Mal stoppen, bitte? Nehmen wir diesen hier. Lachen wir diesen. Niemand wird einen einzigen Choco Crisp Bar missen. Wirklich? Wir fahren nicht, dass die im Auto. Ich würde. Wirklich? 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 Boom! Choco Crisp Barsour. Jetzt haben wir Dessert. Komm schon. Ich habe mir gerade mal die Trophäenliste angeguckt. Diese Zeichnungen sind tatsächlich nicht die Trophäen, sondern es gibt Sammelobjekte. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, vielleicht wäre dieser Schokoriegel eins davon, aber scheint nicht so zu sein. Dude, don't worry. It's a fucking Choco Crisp. Das heißt, wir müssen ein bisschen nach Collectibles Ausschau halten, aber es gibt ja wahrscheinlich auch, wie es das in Life is Strange und auch in Before the Storm gab, diesen Erkundungsmodus, wo man dann im Prinzip nochmal reingehen kann, um die Trophäen alle nachzuholen. Deswegen, wenn wir jetzt irgendwas verpassen, ist das nicht weiter schlimm. Welcome to Nowhere Washington. Yay. Now we can see where we are. Huh. There's a river nearby. Hey River? Are we gonna go swimming? No. Let's just hope that doesn't happen while we're here. Duh. It's way too cold. There must have been a big ass storm. Ooh. Landslide. Doesn't sound good. Should be fine. I'm sure there's no bear around here. Ah, gut, dass wir den Schokoriegel mitgenommen haben. I don't know, I guess they miss that car. What if the owners come after us for the Choco Crisp? And they're hunters! You're too little to hunt. We're cool. Like anybody's gonna pay in the middle of nowhere. I'm sure they miss that car. I hope we don't get lost. I hope we don't get lost. She gives Geld. Damn. This is gonna be a bitch. I could bust that shit open. Yeah. Ja dann, versuch das. Das hat sie hier gelohnt. So, weiter komm ich nicht. Versuch was wert. Wie? Keine Rezeption in diesem Schithole. Da rufen sie 555 Feind an. G.P.S.? Ja, sicher. Nur ein wenigstens. Super! Los geht's! Das zeigt mir, wie... Wenn nur Dad hier war. Hey! Ich dachte, wir waren nicht... Das zeigt mir, wie ich sie schüttelte. Sean? Es wird schmerzt. Komm schon, Daniel. Die Sonne geht. Diese Toilette ist keine Joche-Grube. Diese Toilette ist keine Joche-Grube. Okay, Dude. Du musst das Bathroom nutzen? Nein! Es riecht wirklich schlecht. Keine Scheiße. Gerne? Du musst jetzt gehen. Ich muss nicht gehen. Oh! Geez. Kann ich nur auf einem Baum spüren? Okay. Du musst später gehen. Stopp, mich als ein Baby. Ich weiß nicht, was der Vater gerade macht. Sean? Schau dir, wie groß die Bäume sind. Eh. Das ist nur, weil sie den Sonnen brauchen. Besonders, sie werden uns von der雨. Was, wenn sie nicht? Was, wenn sie nicht? Was, wenn sie... ... attack uns? Aren't you Mr. Minecraft? Ich dachte, du liebte die Forest. Ich wollte sie bauen gianten Städte aus den Lagen. Ich habe. Ich habe die größte Städte ever. Oh. 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 Ich kann meine Hände zu schlafen. Ich habe meine Hände zu schlafen. Dann können wir eine große Basis bauen. Oh. Oh. Du bist bereit für die Bäume. Oh. 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 Ich verstehe nicht so ganz warum, ich meine. Wie ich das verstehe, ist der Kleine ja der mit den Superkräften, er hat ja diesen Umfeld komplett verwüstet, das haben wir ja nur alle mitgekriegt. Aber dass sein Vater erschossen wurde, hat er doch gesehen, also... Ich weiss nicht, warum er sich da jetzt nicht mehr daran erinnern kann, oder... es verdrängt, oder was auch immer, es... er war doch live dabei... Wow! Ich wusste immer genau, wo zu gehen. Er war ein lebender Kompass. Mann, was machen wir hier? Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Eine Picknick-Area? Ja! Das ist besser als nichts. Ja, weiß ich nicht. Kann man die essen? Ich hab keine Ahnung. Halt auf, ich komme. Überprüfen. Das weißt du jetzt sofort, ja? Vielleicht stirbst du erst in zwei Tagen. Mom, 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 mom. Was? Was? Ja, da ist die Picknick-Area. Wie soll ich denn hier jemals irgendein Collectible finden, ey? Das ist viel zu weitläufig alles. Das ist die gleiche. Das ist besser als nichts. Oh, juicy. Du wolltest ihn doch. Jetzt lebt mit den Konsequenzen. Du blöder Junge. 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 Keine Ahnung. Sie sind viel weniger Angst, als wir von uns sind. Tränen sie Engeladen. Oder Hungry. Okay, komm, ne pas. Ich vais. Du kommst, wir spielen uns zusammen. Lass uns essen, es passiert nicht während wir hier. Geil verfluchter Spaß! Sehr gut. Da ist ein Squirrel. Ich bin so schwer. Ich fühle mich wie wir nicht gehen. Wie soll ich uns hier auszunehmen? Ich weiß nicht, was da hinten passiert. Das Kumpel oder Daniel. Wie kann der Vater sein? Woah, look at that. Ja. So cool. Ich habe nie gesehen, wie du so jackt auf über ein schönes Meer gesehen hast. So? Ich habe nie gesehen etwas wie das. Never, ever! Ja. Ich glaube, du hast nicht. Ich glaube, wenn... Ich hoffe, dass der Vater hier mit uns wäre. Ich hoffe, dass der Vater hier mit uns wäre. Ich bin nicht mehr cool. Ja, du bist super cool. Aber... Ich hoffe, dass der Familie zusammen ist. At home. Ich hoffe, wir sehen uns ein Film und essen. Und essen essen. Du, stop. Ich habe gesagt, wir müssen weitergehen. Wir sehen uns später. Und jetzt ist es nur du und ich. Okay? Ja. Es ist unser Park. Wir können alles machen, was wir wollen. Das stimmt. Okay. So... Wir müssen uns eine Bescheidung bauen. So können wir die Nacht für die Nacht. Du bist bereit? Ja. Ich kann alles bauen. Wir müssen nur ein paar coolen Blöcke hierherren. Und sich vorsichtig mit Creepern. Okay. Let's go. Dann wollen wir mal wieder. Dann wollen wir mal wieder. Ich habe ein paar Blöcke gefunden. Komm, wir holen sie. Ich komme. Zieh sie dir rein. Du schwein. Oh... Juicy. Ja. Oh, Shawn. Let's play hide and see. Bet sie kann find me. No. Not right now. We stick together. We stick together. You're no fun. Not today, I'm not. Sorry. Whatever. How am I gonna tell them the truth? I bet nobody knows what they mean anymore. What does that one say? It tells us to go straight. Daniel. Come check this out. What? It's Raccoon City. What? Be quiet. He'll take off. Ooh. Raccoon. He's so cute. Ha. That raccoon will tear us apart. Let's go, bro. He's so cute. He's so cute. He's so cute. Here kitty kitty. Here kitty kitty. Aww. That raccoon must be starving. Raccoons are way smarter than us. He'll find more food. What if this raccoon is related to the... To the one on the road. Hey. Don't think about stuff like that. Maybe they were brothers. Like us. Makes me sad. Stop. They're just raccoons. Hey. I think this path leads to the river. Coming. There or there. That's a good question. I haven't seen any of them. It's a full open world game. That's a weird game. That's a bad tree. That's what she said. Na, kommst du da drüber, kleiner Mann? Du bist ein Trottel, ey. Ernsthaft, ich fühle dich dir helfen. Ich liebe dieses Ort. Oh, Mann. Du bist okay? Nein. Nein. Ich liebe dieses Ort. Ich möchte nicht hier sein. Ich weiß, Daniel. Ich verstehe. Aber wir werden hier nicht lange. Ich versuche. Sean, ich bin zufrieden. Wir müssen uns weitergehen? Nein. Ich bin zufrieden. Plus, die Sonne ist zu spüren, so wir besser finden unser Camping Spot für die Nacht. Ist das gut mit dir? Komm, kleiner Mann. Ich würde so ein sch***er Vater sein. Ich hoffe, die Tiere hier nicht zufrieden. Nicht gut. Diese sind wirklich schlecht. Sie müssen toxisch sein. Nur weil sie schlecht schmecken, müssen sie nicht automatisch giftig sein. Es kann auch giftige Beeren geben, die durchaus lecker sind. Nein. Ja, denn. Wenn ich fast go crazy Um, this is pretty high up Uh, Sean? Come on, I got you Phew, thanks Kindy, man Uh, you see that? Looks like a clicker Creepy What the hell is that? I should have listened in biology class Stop Stop it Life is strange, um, uh, life is strange, like, less of us from March I bet I have already I got you Dude, you struck out That did not scare me Liar, liar I saw your face That was, uh, surprise Maybe you scare me for like, one second I got you I got you I eat you Don't mess with the zombie It's too quiet It's too quiet It's too quiet Ooh Looks like a cave Kind of spooky Kind of spooky I don't know I don't know I don't know Come on, Daniel Look, this could be our secret base Hmm We could fight off any skeletons or creepers With some good traps Cool In that case We definitely need to get a fire going first Right? Right! Yes! Uh, so what do we need? Uh, you know, shit to make a fire Um, twigs, branches Are you sure we can do this? Who can stop us? Nobody Okay Let's unpack Finally Come on Check it out Come on Come on Check it out I already got one branch for the fire Coming Da hast du dich einmal richtig ins Zeug gelegt Hey, John Let's have a race Whoever finds three lords Is the winner Okay Okay You're brave to challenge me So let's do it No way you're gonna beat me It can't be so hard to find a few needles, right? I wish Noah was out here with me We could build a fort Now this is perfect Nice Here's number two Uh Daniel is in it Winning Nah, nun geh doch da rüber Meiner Nice and dry Och, das gibt's doch nicht Bis er nicht über so einen blöden Baumstamm rübersteigen kann Hm That's enough for a toasty fire All right How much you got? It's all there Yeah, okay That should be enough for the night See, told you I won All right We have a little time to explore before we light up the fire Cool I'll go check the river I'll go check the river Man, this place is like our own giant camp We should catch some fish for dinner Shit, those are bear claws I'm not gonna tell Daniel Wir seien nicht allein Gotcha! Hm, no I don't Feels good to focus on something after all that shit Stop moving so much Stop moving so much Time to take the pen, dude If dad was here He'd catch every fish Oh, we can yell as much as we want I don't even have that out here Sorry Mr. Fish Sorry Mr. Fish Sorry Mr. Fish Okay, you're still not ready Hm, not like that Okay Got it I don't get it I won't skip Man, I can't even skip a stone We could build a really cool fort here, I bet We could build a really cool fort here, I bet Dad gave me the sketchbook Dad gave me the sketchbook He was so fucking awesome Hold my sword Hm, pretty good But I can add more details if I want Feel the blade I've looked enough Time to draw now Oh, almost got him Oh, almost got him You can't defeat her, T.S. Nice Let's go Look at him We're done We're done Oh, he must be done Oh, he must be ready Wow, he must be done That's a very fun task Cool I think I'm ready to draw this I think I'm ready to draw this Cool 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, hast du jetzt einen Fisch gefangen? Ich hab Hunger. So, ich bin ein Fisch gefangen. So, ich denke, wir sind dann jetzt hier auch soweit durch, oder? Dann würde ich nämlich sagen, was haben wir hier noch? Ein Polaroid. Dann würde ich sagen, wir machen uns fertig für die Nacht. Hier ist auch noch irgendwas. Hey, was soll das denn heißen? Also, wir können dann hier jetzt das Feuer entfachen. Das machen wir aber erst im nächsten Teil, denn ich vermute mal, dass dann irgendwie irgendein Event getriggert wird, gehe ich mal fest von aus. Deswegen geben wir uns das jetzt nicht mehr. Das machen wir als erstes dann im nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen und bis denne. Adios, gratos.